Die Gesichtsverschmälung ohne OP mit einer feinen Einzeichnung der einzelnen Linien, damit hier auch genau und gezielt eine Verschmälung der Mittelpartie erfolgen kann und die Konturierung entsprechend auch detailreich an dieser Stelle erfolgt. Die Behandlung sollte immer hier von einem Facharzt für plastische, ästhetische Chirurgie durchgeführt werden. Das ist, denke ich, auch sinnvoll, um hier Schäden vorzubeugen. Die Behandlung wird hier gerade gezeigt, wie die durchgeführt wird und dann kann man mit einem glücklichen Ergebnis am Ende rechnen.